also gesehen war es aber alles ganz gut dann testen wir hier noch so die wollte das artefakt haben ok da kommt auf jeden fall alles zu hilfe warte mal schlaf mal gerade was bei stelle ich die tür zu machen sollen ja da draußen ziemlich auch gerade alles akku hat man ja unsere leute kannst du noch einlassen so ich bin auch schon wieder überladen so so das würde ich jetzt nicht überraschen aber ich greife die alte jetzt an ich mag diese gösschen gehen nicht ja ich hoffe nicht sehr gut ich versuche du bist nicht schrecklich genug die die hält aber doch schon ein schuss okay die ist level 6 jetzt verlegen wir mal den kollegen weil da okay nicht wie gemein jetzt kommt er auch noch so ja okay die tür hat sie nicht sonderlich gestört na gut wird halt der ganze verein zusammengekloppt jetzt in g Ach komm, bei 88 Prozent. Wie komm ich eigentlich hier runter? Irgendwas hat mich da runter geteleportiert oder so. Ich würde gerne mal meine Waffe aufheben da. Ach so, daneben. Ah, ich bin furchtsam, deswegen. Ja, genau, weil du Furcht hast. So, das war schon mal der Köter. Ja, Tatsache, da liegt deine Axt rum. Hm. Oh, das war schlicht. Aha. Ja, gut, hat Schaden gemacht, aber... Autsch. Es hat auch eher Konzentration auf Furcht unterbrochen. Heißt, deine Furcht müsste jetzt gebannt sein. Oh nein. So, ich hab ein Herz. Ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, der Winkel wäre besser. Sorry. Oh, vier Züge klaffende Wunden. Ok. Ich Das war's für heute. ich glaube das wäre ist wichtig ja nur leider sind wir im gebäude und das hören die nicht nee war gerade sogar über treiben charakter so eine aussage davon ich bin zu weit weg von ihr verstehe verstehe dass man dann sowas denkt ist einfach nur abartig krass ich 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 Ach komm, das hat er einfach komplett geblockt, oder wie? Ah, ist ja ätzend. Oh, ich glaube, die werden etwas den Boot mit uns wischen. Oh, nice. Ja, die sind schon nicht ohne. Oh, das ist richtig. Da haben sie auch ganz schön den Fußboot mit uns aufgewischt. Oh, ja, ja. Hm. Wir könnten uns besser positionieren. Ja. So, ich könnte hier direkt, kann ich hier nicht die Tür irgendwie verschließen? Nein. Da gibt es doch so einen Zauber. Schriftrolle Feuerwand. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe hier Angst vor Wölfen. Ich habe hier Angst vor Wölfen. Okay, das hatte ich gar nicht als Angriff gesehen. So, die rennen mich jetzt an durch das Feuer da. Boah. 3 plus. 3 plus. Aua. 9. Okay, Feuerwand ist weg. Sonst noch sowas. Schriftrolle. Da. Krone des Wahns. So, nervige Köter schon mal weg. Wie hoch ist. Ich hab den Mund aus. Ja, bin ich. Da. Das stimmt. Ich habe hier. Das stimmt. Das Ui, da haben wir ordentlich Wie tut das noch? Ach, da ist ja noch der andere Köter. Bara. Was hat dir der arme Tisch getan? Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Hat ganz gut funktioniert, muss man sagen. Zumal alle, die da durchlaufen, jetzt auch durch die Klingen laufen. Oh, sehr gut. Schon wieder die Waffen fallen lassen, das gibt es noch gar nicht. Wo ist jetzt die andere Schnöpfe dahin? Da versteckt sie sich. Ja, aber so eine Schwester. Okay, die hast du hingerichtet. Aber ordentlich. Kannst du mit Schattenherz irgendwie mein furchtsam Ding machen? Ja, und das hatte ich eigentlich vor dem ... Kommt schlimm an. Versuch mal, ob ich sie vielleicht ... Na, hat sie pariert, aber wenigstens das parieren Ding jetzt erstmal weg. So, dann freu dein Schattenherz. Bitte antragen. Ah, verdammt. Oh, ne. Doppeltes Problem. Schwache Genesung funktioniert nur bei Krankheit, Giftlähmung oder Blindheit, also nicht bei Furcht. Und sie hat auch keinen Stufe-2-Zauberplatz aktuell zur Verfügung. Okay. Ja, dann müssen wir das anders machen. Und zwar ... Nee. Ich würde dir ja einmal Resistenz geben, aber das geht wahrscheinlich von hier nicht. Nee. Und ... Nicht ... Nee ... Ja. Ne, ... Nicht gereicht, um die Konzentration zu brechen. Das war leicht zu optimal. Jetzt hat es aber geklappt. Das war nicht so gut. Oh, Gewecktöhle. Ah, nimm das. Oh, Gewecktöhle. Oh, Gewecktöhle. Oh, Gewecktöhle. Äh, ne, dann klug mal erstmal den Köter weg, weil er es nur noch eine Runde bezaubert. Gewecktöhle. Und dann noch umschubsen. Oh, Gewecktöhle. Oh, ich bin da mal hinterm Danton verstecken. Hat doch etwas wenig. Ui. Ui. Ah, ha. Alter Köter. Gewecktöhle. 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 Ui. Uh. Uh. wo ist eigentlich meine Axt frech, dass das als Bonusaktion gilt dass das als Bonusaktion gilt Nooo, gelööö. Oh nein, es hat sogar funktioniert. Um, more. Nothing important is ever easy. In fact! Oh! 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 Die Zauberer, die kann aber auch überall vor. Oh! Uh-huh! Oh! Uh-huh! Oh! 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 Was ist das? so ungünstig das nach dem kampf muss ich auch leider gehen du machst nur kritische dinge waren sind so langsam wird danke verfaulte karotte es gibt noch plüten es gibt noch plüten Nice. Auf jeden Fall ein sehr schönes Schwert. Ich habe viel auf meinem Geist und... ...ja... ...malke Sienke Plattenrüstung. Oh, ich habe gerade noch die mal vor Augen. Da können wir auch gleich oder... ...demnächst mal... ...au mal heute. Heute ist Mittwoch, ne? Dann kann man morgen auf jeden Fall mal eine kurze Rast ein... ...also eine lange Rast einlegen. Ähm... ...Inventar. Acht bis 24... ...zustandsbedingt. Wichtig, diese Waffe... ...habe ich nicht. Oh, die ist glaube ich sogar besser wie die Axt. Ja, dieses Seelenbrecher Schwert, oder? Ja. Der reißt Körper und seht ihr das Gegner... ...und betäube ihn möglicherweise. Seelenbrecher 20 bis 33 Schaden. What? Ja... ...ja... ...so hat es schon... ...ok... ...das du keinen... ... ähm... ...Giz Yankee Bonus von dem Ding bekommst... ...aber es trotzdem relativ nice. Mhm... ...und sieht auch ziemlich episch aus, das Ding. Muss man ja auch mal sagen. Ist schon riesig, ne? Ja. ...ja... ...mache ich mir mal noch kurz schauen... ...ob Schattenherz hier die... ...Armbrust nehmen können. Nein, kann sie nicht. Wäre ja auch mal wieder zu schön gewesen. Okay. Dann würde ich sagen... ...dange für's mitmachen... ...und dann sehen wir uns... ...hoffentlich morgen früh. Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschöö.